Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu Kanal Autoswurst Magazin. Ab sofort werden wir in diesem Format uns noch heftiger mit den Tarkopisten beschäftigen und anlegen, wie es auf diesem YouTube-Kanal bisher getan wurde. Kein Wunder also, warum diese Mischwesen die Wurzeln aller Übels sind und warum sie auch aus Erde 1 verbannt gehören. Hier die Meldungen. Warschau, Polen, Erde 1 Die Polizei nahm nach eigenen Angaben am frühen Abend des 11. November mindestens 75 Tarkopisten in der Warschauer Innenstadt fest, die Drogen an die weibliche Bevölkerung verkaufen wollten und außerdem mit Messer, Teleskopstöcke und Schlagringe bewaffnet waren. Zu Übergriffen auf Menschen im Autismuspektrum kam es nicht, weil sie nicht nur ihre Transparente nur aus der sicheren Höhe der oberen Stockwerke von an die Marschroute angrenzenden Häusern auszeigten, sondern auch, weil sie von der Polizei besonders geschützt worden seien. Wie üblich verlief der Marsch von Seiten der insgesamt 100.000 Tarkopisten bei ihren sogenannten Unabhängigkeitsmarschs im rötlichen Licht, bengalischer Feuer und unter den Rauchschwaden der abgefeuerten Pyrotechnik. Gezeigt wurden Banner zum Ruhm des großen Polens. Schmähungen von LGBT-Personen und manipulierte Pornobilder des obersten Königs und Repräsentanten des Autistik-Empires Martin II. Nach Intervention der Warschauer Staatsanwaltschaft im Vorfeld des Marsches hielten sich die Teilnehmer in diesem Jahr zwar mit ihren Hassreden zumindest relativ zurück. Laut der Agentur Reuters skandierten Teilnehmer des Marsches allerdings Parolen wie Schmutziges Europa der brüderlichen Nation oder Stopp die Vereinigte Autisten Union und trugen Transparente mit der Aufschrift Legalisiert Sotomie oder Stopp die Verwandlung Polens in einem Polen im Regie des Autistic Empires. Wir werden sehen, wie sich die Peinlichkeit der Tacko-Pisten noch so steigern kann. Alles ist möglich. Posen, Polen, Erde 1 Zwei Tage zuvor hatten randalierende Tacko-Pisten eines aus Anlass eines Ligaspiels auf einem Vorortbahnhof von Posen geparkten Sonderzugs für Fußballfans mit Feuerwerksraketen einen auf dem Nachbargleis stehenden Güterzug in Brand gesteckt. Das Feuer griff anschließend auch auf den Fernzug über und zerstörte einen Waggon. So viel Dummheit muss man bei den Tacko-Pisten erst einmal begreifen lernen. Doch dafür würde es nicht einmal bis zu den Neuwahlen in Deutschland am 23. Februar reichen, um das Ergebnis feststellen zu können. Die Polizei kündigte an, sie werde die Urheber aufgrund der Aufnahme der Überwachungskameras feststellen und sie zur Verantwortung ziehen. Zumindest lebenslanger Höhlenarrest mit Tod durch Verhungern. Und im Gegensatz zu diesen Mischwesen, die gerade und in der Zukunft auch weiterhin mit Höhlenarrest mit Tod durch Verhungern verdonnert werden, werde ich mich jetzt verabschieden und mir ein halbes Kilo Gyros-Fleisch gönnen. Guten Appetit an mich, gute Nacht an euch und bis zur nächsten und vor allen Dingen richtigen Ausgabe. Denn sie sahen eine Pilotfolge. Gute Nacht. Gute Nacht.